Ich kann doch nicht absteigen während der Fahrt. Ja ich mach nix, schieß nur. Das ging jetzt aber schnell. Willst du schießen oder nicht? Guckst du denn hier? Hallo. Machen wir es halt anders. Von da hinten müssen wir drauf schießen. Was ist doch von hier? Oh, falscher Strom. Wollt ihr mich verarschen? Ja. 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 Fisch. Ja. Ja. Da ist ja auch ein Fisch. Das ist doch der. Das war's. Ah hier waren wir. Ganz am Anfang. Klasse. So, dann probieren wir es. Sechs Schuss haben wir. So, dann probieren wir es. Wunderbar. Spraubspalty. So, dann hätten wir das. Die Mission auch. Also keine. Alter. Hier war doch immer eigentlich. Okay. Okay. Bring mir die Mission zur Ander. Okay. 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 es sei es ein dreck klammermensch muss was gucken ich wusste doch irgendwas war hier noch hätte ich mich jetzt geärgert und glaubt mir Freunde hier geht es gleich richtig ab aber hier gibt es auch eine neue Waffe ja komm brauchst mehr als ich du bist so saublöd ich glaube sobald wir jetzt hier reingehen die Party los ok geh einfach mal vor ich bin voll ich will gleich sehen warum ich bisschen umstrukturiere was ist dann das die werden wir auch knitsch bauen eventuell oh ja ich kann ich kann da waren wir hier waren wir hier waren wir und sage ich würde sagen let's party go time aber die wollen doch noch nicht wo bist du da hinten dran schilder kriegen wir den jetzt einmal zumindest getriggert ok jetzt kommt der rohr und gehen wir runter nein ja 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 ja